Ja, da fallen sich nicht mal nix mehr. Das war ein Durchfahren, oder? Ja. Wie hoch hast du da, wie sind wir hoch? Damit sind wir besser und hoch. Ach so. Super. So. Power line. Bainsumperer. Ja, das ist wirklich ehrlich geworden. Ah, wer ist das? Das war ein Boom. Das war ein Boom. Das sieht eigentlich gleich aus. Ah, ah, okay. 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 Ja, Servus, Dirk. So, ah, das war der Absatz Bingo. Warte mal, ist das Bingo? Ah, das Bingo. Ja, Bingo war man da. Ah, ja. Also zwischen Bingofeld und der nächsten Abwacht. Aha. Ähm. Komm, 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 komm. Da, komm, 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 komm. Ja. Ja, ja, ja. Auge-Nebel-Schette, das ist ja. Hallo, Steffi. Matthias spricht da. Du, ich weiß jetzt auch, warum... ...ääh, warum... ...wärm...